Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Das ist das dritte Video zu unserem Thema Slider bzw. Scale. Wir hatten uns den Konstruktor angesehen und grundlegende Parameter. Wir hatten uns den Unterschied von dem Command-Befehl im Gegensatz zu anderen Widgets angesehen. Und in dieser Folge möchte ich euch noch weitere Parameter vorstellen. Da gibt es eine ganze Menge und wir gehen gleich mal hier in unser Programm hinein und werden so ein paar grundlegende Sachen ändern. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man hier die Breite und die Länge verändern kann. Und wir setzen mal die Länge auf 250 und die Breite setzen wir mal auf 40. Width auf 40. Und dann schauen wir uns mal an, was uns das macht. Und dann seht ihr hier, die Länge ist jetzt wesentlich länger. Das bezeichnet also wirklich die Länge, egal ob ich das horizontal oder vertikal den Slider mir anzeigen lasse, bezeichnet das die Länge von dem Slider, also vom Anfang bis zum Endpunkt. Das ist hier sehr angenehm, weil ich tatsächlich die Werte, wie ich so kleine Ticks dargestellt habe. Und die Breite bezeichnet dann die Breite von dem Knopf und von dem Sliderfeld, auf dem ich den Knopf hier hin und her schiebe oder diese kleinen Regler. Ja, den kann ich auch ganz klein setzen, zum Beispiel auf 3 und dann sieht das Ganze anders aus. So nämlich. Dann kann ich zum Beispiel mir einstellen, die Länge des Sliders. Und kann sagen, na, ich mache das mal hier so ein bisschen breiter. Slider Lengths, die möchte ich, na, sagen wir mal, auch auf 6 haben, sodass das schön eckig aussieht. Und dann haben wir hier so einen winzig kleinen Knopf. Auch nicht vielleicht das schönste. Aber ich kann den jetzt hin und her schieben, dass die Möglichkeit besteht. Ich mache das Ganze größer. Sonst seht ihr das dann auch nicht gut auf dem Video. Dann kann ich zum Beispiel sagen, wunderbar, aber ich möchte nicht in 1er Intervallen das Ganze angezeigt haben, sondern ich möchte tatsächlich das in einem, in einem anderen Intervall angezeigt haben. Und dann kann ich zum Beispiel ein geben 0,1. So, und wir schauen uns an, was das jetzt macht. Jetzt seht ihr als erstes, hier ist eine 0 dazugekommen bei dem Wert. Und das heißt, ich kann jetzt hier die Abstand verändern, indem diese Ticks laufen. Also wenn ich das nicht angebe, ist das immer 1. Entschuldigung. Und wenn ich es angebe, dann geht das in dem angegebenen Wert. So, und das kann ich machen. Dafür ist der Befehl Resolution da. So, dann kann ich zum Beispiel noch angeben. Tick Intervall ist gleich, sagen wir mal, 2. Komma nicht vergessen, wenn man das so mitten rein schreibt. Und jetzt seht ihr hier, dass der mir das Intervall hier wieder drunter geschrieben hat. Ich hatte das ja weggemacht mit diesem Befehl Show Value hier. Und jetzt schreibt er mir das wieder dran. Das heißt, dass ich diese beiden Optionen, die ich hier übergebe, dass die sich gegenseitig, oder, ja, also, ja, nicht auslöschen, sondern also Tick Intervall steht höher als Show Value. Und wenn ich Tick Intervall angebe, also auf einen Wert setze, dann ist das egal, ob ich Show Value angebe oder nicht. Also, damit kann ich zum Beispiel sagen, also ich möchte jetzt, was weiß ich, Tick Intervall 7 haben. Das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, aber gut, okay. So, und jetzt gibt er mir die Werte an, hier bei 17, 24 und 31, also im Abstand von immer 7. Und dann könnte ich natürlich auch ganz blödsinnige Sachen eingeben, wie zum Beispiel 7,46 oder 47. Das könnte ich auch machen. Und dann seht ihr hier, hat er mir das angegeben. Allerdings hat er mir das dann etwas gerundet angegeben. Das kann man auch ändern, aber ich denke mal, das ist so eine Sache, das wird für euch gar nicht interessant sein. So, was kann man noch ändern? Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte das angezeigt haben, nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen in der Zeichenkette. Und dazu ist der Befehl Digits da. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte nur zwei Digits angezeigt haben. Ich zeige euch das mal. Und dann seht ihr, plötzlich ist die Kommastelle wieder weg. Und er gibt mir nur die Ganzzahl aus. Auch hier ist die Kommastelle weg. Und jetzt sage ich, ich möchte fünf Digits haben. Und jetzt seht ihr, macht er mir drei Nachkommastellen. Und hier sind jetzt auch die Nachkommastellen drin. Und das verändert sich zwar nicht, die beiden letzten Nullen, weil ich eben diesen Abstand nicht habe. Aber wenn ich jetzt hier eingeben würde, bei der Resolution 001, dann könnte ich das tatsächlich auch verändern. So, das sind so verschiedene Möglichkeiten. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Ihr könnt die Farbe verändern, ihr könnt die Schriftart verändern. Das kennt ihr aber auch schon, Schriftart mit Font und Farbe mit Foreground und Background. Das könnt ihr aber selber ausprobieren. Hier habt ihr erstmal so grundlegende Sachen, um das Anzeigeverhalten des Sliders zu manipulieren und sich eben den so zurecht zu basteln, wie man den gerade für das aktuelle Programm braucht. Ich hoffe, das Video war lehrreich für euch. Und dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann zeige ich euch etwas ganz Schickes, nämlich wie man Grafik auf den Bildschirm bringt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank.